Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal kein Sims-Video, sondern wir blicken ein bisschen auf 2019 zurück, denn ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Es ist der erste, erste seit 2020 und 2019 war auf YouTube ein sehr interessantes Jahr und ja, darum soll es heute gehen. Ich habe dieses Jahr 92 Videos hochgeladen und ich glaube, es sind sogar nur ganz wenige mehr allgemein, seitdem ich angefangen habe, wieder regelmäßig Videos zu machen, seitdem ich halt Sims-Content bringe. Und ja, tatsächlich kamen vor dem ersten Video von 2019 kamen tatsächlich nur zwei Videos. Das heißt, ich habe insgesamt 94 Videos hochgeladen, seitdem ich wieder regelmäßig angefangen habe, Videos zu machen. Und das ist einfach nur, ich komme nicht so ganz darauf klar. dass ich halt tatsächlich so viel hochgeladen habe, weil irgendwie kam das mir nicht so vor, weil... Keine Ahnung, ich weiß, dass ich viel Zeit reingesteckt habe und so, aber... Puh! Vor allem sind wir ja tatsächlich ziemlich gut reingestiegen, weil ich meine, das hat mittlerweile 38 Aufrufe. Mein allererstes Video, seitdem ich wieder angefangen habe, das war zwar noch 2018, aber das erste Video von 2019 ist mit 27 Aufrufen gestartet und das Video danach hatte schon 50. Also, dann ging es auch mal wieder bergab und mal wieder höher und das ist normal, denke ich. Aber allgemein, wenn man so zurückdenkt, ich habe hier gerade nebenbei meinen Kanal offen, das seht ihr jetzt natürlich nicht. Aber, wie ich das so sehe, also ich scrolle hier durch und es ist tatsächlich ziemlich krass, was für Aufrufe manche Videos so schon erreicht haben. Ich bin ganz froh, dass ich die 100 Baby Challenge angefangen habe. Ich hatte erst gedacht, ja, ich mache das erst, wenn ich so eine gewisse Zuschaueranzahl habe, weil Serienprojekte immer so ein bisschen kritisch sind. Aber es hat sich herausgestellt, dass tatsächlich die 100 Baby Challenge das beliebteste Projekt, die beliebtesten Videos auf meinem Kanal sind. Also, das hätte ich mir niemals denken können. Der erste Part hat mittlerweile 200 Aufrufe und ich finde, das ist verdammt krass. Allgemein zu der Zeit hatte ich richtig Glück, denn das Video davor war die erste Simsie Challenge. Da habe ich auch 120 Aufrufe gemacht, dadurch, dass halt Lezimsy und so. Aber das hat schon richtig viele Aufrufe gegeben und ich habe fast 100 Aufrufe auf die Dollhouse Challenge, die direkt nach dem ersten Part der 100 Baby Challenge kam. Und das ist einfach nur krass. Vor allem, wir haben vor 8 Monaten angefangen. Also zumindest steht hier vor 8 Monaten. Ich könnte nebenbei gucken, was für ein Datum das war. Aber wir haben auf jeden Fall gut was geschafft, weil wir sind jetzt dieses Jahr noch bis Part 37 gekommen. Das heißt, es ist 37 Wochen, läuft das. Muss man halt so umrechnen, weil ich ja jede Woche einen Part bringe. Pi mal Daumen. Kommt halt immer drauf an, wie und wo und was. Aber der erste Part, der kam online am 6.4. Also kommt das auch hin mit den 8 Monaten. Wow. Ich komme da halt nicht so ganz drauf klar. Und ich bin halt sehr, sehr glücklich, dass ich halt wirklich eine Zuschauerschaft habe, mittlerweile, die wirklich regelmäßig da ist. Leute, die regelmäßig Kommentare schreiben. Leute, die allgemein regelmäßig sich das angucken, die bewerten, die weiß ich nicht. Also was mir natürlich besonders ans Herz geht, sind halt die Leute, die meine Videos teilen. Und ich kann natürlich keinen zwingen oder irgendwas. Ich möchte das auch nicht. Es soll halt jeder freiwillig machen. Aber es bedeutet mir unfassbar viel. Es bedeutet mir unfassbar viel, dass Leute das sogar teilen. Ja, weil das ist für mich einfach was total Besonderes. Weil ich hatte ja schon mal einen YouTube-Account, wo ich ja auch noch ein paar mehr Abonnenten hatte tatsächlich, als ich jetzt gerade habe. Dazu kommen wir übrigens gleich noch. Und diese Aktivität insgesamt war schon geringer, würde ich behaupten. Wann hatte ich denn? Irgendwann hatte ich ein Rebranding, dass ich halt mir ein neues Dings gemacht habe. Also das muss ich mal kurz gucken. Weil ich habe irgendwo ein Foto, wo halt auch eine Abozahl stand. Und ich muss halt wissen, wann das war genau. Weil ich würde gerne wissen, wie viele Abonnenten ich in welcher Zeit ich so circa bekommen habe. Im Juli hatte ich das Rebranding. Ich hatte dann 69 Abonnenten. Und das heißt, ich habe in nicht mal einem halben Jahr habe ich fast 40 Abonnenten gemacht. Gerade ein bisschen sprachlos. Weil ich habe das so gar nicht so realisiert gerade. Das Ding ist, für einige ist es wahrscheinlich nicht viel oder irgendwas oder eher bedeutungslos. Aber ich denke mir halt, man muss sich halt vorstellen, wie viele Menschen wären das so auf einem Fleck, die sich dachten, zumindest die sind vielleicht nicht immer da oder auch mal gegangen oder sowas. Aber es haben sich auf jeden Fall ganz viele Leute mal gedacht, zumindest für einen kurzen Moment. Die ist mir sympathisch und der würde ich gern mehr sehen. Und wow. Ich kann es nicht fassen. Weil ich hatte das so nicht auf dem Schirm. Ich dachte, ich hätte das mit meinem, dass ich halt alles geändert habe an meinem, also an meinem Layout und so. Ich dachte, das wäre schon früher passiert. Und deswegen dachte ich das, also ich dachte, dass ich da halt auch schon noch ein paar mehr Abonnenten hatte schon. Dass das nicht so krass viel wäre. Aber sieht so aus, als hätte ich dieses Jahr einen sehr, sehr extremen Wachstum gehabt. Aber man muss das bedenken. Ich habe jetzt ein komplettes Jahr, über ein komplettes Jahr, habe ich jede Woche mindestens ein Video gebracht. Und vor allem auch zu einem direkten Thema. Also eben halt Sims. Also weil, ich meine, ich habe zwar ab und zu auch andere Videos drin, aber grundsätzlich dreht sich ja alles um Sims. Und ich glaube, das ist halt auch der springende Punkt, dass Leute halt eher bleiben und sich mehr angucken. Weil wenn man allgemein Let's Plays macht, ist es so, ja, dann mag der eine das Spiel nicht und dann guckt er das halt auch nicht. Und das ist halt auch absolut verständlich. Selbst wenn du nur Sims machst, interessieren sich ja manche Leute nicht für zum Beispiel diese bestimmte Challenge oder so. Das ist ja auch absolut fein. Aber es ist halt wahrscheinlich ja, dass Leute auf dem Sims-Channel eher die anderen Videos dann auch verfolgen, als zum Beispiel, wenn man nur Let's Plays macht und halt dann verschiedene Projekte hat. Und ja, mein persönliches Ziel war dann auch ab irgendeinem Punkt, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann genau ich das gesagt habe. Aber es war ja schon so ein gewisses Ziel, dass ich mir gesagt habe, es wäre schon cool, wenn ich die 100 Abonnenten erreichen könnte. Und es ist tatsächlich ja schon ein paar Wochen her, dass ich das erreicht habe. Und da muss ich auf jeden, oder da muss ich auch auf jeden Fall mich bei meinen Twitter-Menschis bedanken, denn die haben mir das ermöglicht. Die haben auch noch drauf zu aufgerufen, dass sie sich das mal angucken. Und ja, dass das halt erreicht werden kann. Und bin da weiter, sind wir bei 108, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme. Kann sich ja natürlich noch ein bisschen ändern und so, aber so circa. Und 108 Menschen, die sich zumindest an irgendeinem Punkt im Leben mal gedacht haben, die da, diese Frau, die da sitzt, vor ihrem PC, die irgendwie Sims spielt, die dachten sich irgendwas in die Richtung, dass ich scheinbar in irgendeiner Form sympathisch bin oder so. Es ist halt auch ein emotionales Ding auf jeden Fall für mich, weil man muss bedenken, wie lange mache ich das eigentlich schon so allgemein? Ich glaube, da war ich elf oder so. Habe ich angefangen auf meinem alten Kanal noch. Ich finde es schön, dass das so gut funktioniert und dass ich von allen Seiten ganz viel Unterstützung bekomme. Ich meine, mittlerweile, mein Arbeitsplatz sieht aus wie ein Arbeitsplatz. Es ist ganz viel Setup hier und das sind so Sachen, die hätte ich mir vor einer gewissen Zeit nur erträumen können und das ist jetzt einfach alles möglich und ja, es ist schon ein bisschen ein Traum, dass ich das machen kann und ich spreche nicht nur zu mir selbst, mir hören Leute zu und zu wissen, dass man das nicht nur für sich macht, sondern dass Leute da wirklich sitzen und einem zuhören bei dem, was man so sagt und sich teilweise auch auf Videos freuen und so, das ist genau, was ich halt irgendwie erreichen wollte. Ich wollte Menschen irgendwie lüchtig machen, auch wenn es nicht so Ausmaße annimmt wie bei anderen. Ich meine, eine Simfinity oder so, die erreicht natürlich viel mehr Menschen, aber auch wenn ich vielleicht nur, wenn da vielleicht nur eine Person ist, die sich darauf freut auf meine Videos oder so und ich weiß, dass das tatsächlich mehr sind und das ist halt übel krass und das mein Herz, aber selbst wenn es nur eine Person wäre, es wäre einfach schon übertrieben krass, weil ich bin es nicht gewohnt, dass Leute mich mögen, das ist noch ein anderes Thema, aber vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal genauer drauf zu sprechen. Ich bin es auf jeden Fall nicht so gewohnt, also weil ich halt eher immer eine Art Außenseiter war, aber ja, es scheint gerade in irgendeiner Form in eine andere Richtung zu gehen, zumindest kann man sich ja so, es hat sich hier jetzt ja schon was Kleines gebildet und vielleicht wird das ja noch ein bisschen größer und vielleicht kommen noch mehr Leute und denken sich, hey, es werden bestimmt auch noch Leute gehen und das ist absolut okay. Ich freue mich auf jeden Fall total auf das, was jetzt 2020 noch kommt. Ich habe ganz viel vor, ich habe noch ein paar Videoideen, die ich auch noch aufnehmen möchte, die ich ein bisschen vorproduzieren möchte, weil das habe ich ja gesagt, ich habe ja gesagt, dass ich ein bisschen mir weniger Stress damit machen möchte noch, weil ich das ja auch doch relativ ernst nehme und sage, nein, ich habe gesagt, Samstag kommt ein Video, dann kommt Samstag auch ein Video. Vielleicht muss ich an so einer Einstellung auch einfach mal arbeiten, aber wie gesagt, wenn ich ein bisschen sage, dass ich zumindest am Wochenende vor der Veröffentlichung oder so, also zum Beispiel die Baby-Challenge kommt ja immer samstags, wenn ich dann den Sonntag davor einfach sage, okay, dann mache ich jetzt schon alles fertig und dann habe ich ja schon weniger Stress. Deswegen vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen an meinem Zeitmanagement arbeiten und vielleicht ist das dann schon besser. Ich kann euch auf jeden Fall nur von Herzen danken. Mir ist klar, dass auch nicht jedem das gefallen wird, dass ich jetzt gerade quasi auch in gewissem Sinne sehr emotional hier gerade war. Es ist es für mich auch einfach, ja. Aber es geht mir auch nicht darum, dass einem das Video hier jetzt gefällt, okay? Das ist ja nicht mein Haupt-Content. Es geht ja nicht darum, dass ich hier nur darüber rede, wie cool ihr eigentlich seid und wie sehr ich mich darüber freue, wie das ja alles so ist. Ich hoffe, dass wir halt weiter so durchstarten können. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf 2020. Vielleicht wird das unser Jahr. Ich werde auf jeden Fall weitermachen, solange ich Spaß dran habe. Und das habe ich absolut, vor allem eben mit der Unterstützung, die ich bekomme. ohne die wäre es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, weil eben dieses wirklich nur mit sich reden ist halt doch ein bisschen doof. Aber es sind Leute da und solange Leute da sind, bin ich auch da. Und das ist mein Wort zum Neujahr. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.